Hey Leute, in diesem Video erfährst du mal, wie du eigentlich solche Druckknöpfe hier selber an zum Beispiel einem Betttuch oder vielleicht sogar an irgendetwas Selbstgenähten richtig anbringen kannst, damit diese einfach richtig halten. Und das Ganze mit so einer speziellen Zange hier. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst einmal brauchen wir einfach ein Stück Stoff, das kann jetzt zum Beispiel Bettwäsche sein, eine spezielle Ahle zum Durchstechen von diesem Stoff, dann hier die Druckknöpfe, da tun wir uns nämlich jetzt gleich mal zwei solche Oberteile raus, das sind die sogenannten Caps mit einem kleinen Dorn hier. Dann haben wir hier drüben einmal noch den sogenannten Socket, der hat einfach so einen dicken Rand außen wie so ein Donut und hier der sogenannte Stud, wo das Gegenstück zu dem Socket hier unten ist. Wir machen jetzt erst einmal mit der Ahle hier ein kleines Loch rein, wo dann später die Druckknöpfe auch durchkommen. Ich mache das einfach mal relativ mittig, kann man natürlich auch etwas anzeichnen, wenn es genauer werden soll. Einmal hier und ich sage gleich das Gegenstück, denn ein Druckknopf besteht natürlich aus der einen Seite und aus der anderen. Das Gegenstück kommt jetzt einfach mal hier unten noch in etwa in die Mitte drauf. So, das ist auch schon geschehen und jetzt können wir mal hier unsere Caps durchstecken. Hierfür drehe ich jetzt den Stoff einmal um, dass später das Muster auch auf der richtigen Seite ist, müssen die Caps von unten hier durchgegeben werden, also von der Seite, wo das Muster ist. Hier der Dorn ist schon durch, dann nehme ich gleich ein Gegenstück hier, vollkommen egal welches, und gebe dieses einmal leicht drauf. Dasselbe mache ich jetzt auch noch mit der anderen Seite. Hierfür wieder mein Cap mit dem Dorn nehmen, der ist auch schon wieder durch und das Gegenstück wieder leicht drauf drücken. Das reicht erst einmal. Danach müssen wir noch schauen, dass hier auf unserer speziellen Zange auch die richtigen Aufsätze von der Größe her für diese sogenannten Snaps drauf sind. Normalerweise standardmäßig ist das ein T5-Aufsatz, wie bei mir jetzt zum Beispiel auch schon drauf ist. Doch es kann auch sein, dass du zum Beispiel hier etwas größere Druckknöpfe verwendest, da muss hier auch ein anderer Aufsatz drauf. Hierfür habe ich nämlich hier noch zwei andere Aufsätze. Zum einen einmal würde dieser Aufsatz hier oben jetzt unten an den Bolzen drauf kommen, kann man einfach runterziehen und den neuen drauf. Das ist gar kein Problem. Und der Aufsatz kommt hier unten rein. Hierfür haben wir hier unten nämlich noch eine kleine Schlitzschraube. Kann ich mit dem Schlitzschraubendreher einfach gegen den Uhrzeigersinn öffnen, dieses Stück hier unten rausziehen und das neue rein. Ich zeige das Ganze jetzt nicht, da bei mir die Aufsätze auch schon richtig sind. Wenn diese zwei stimmen, dann musst du auch noch schauen, dass hier der Bolzen oben die richtige Größe hat. Hierfür ist nämlich hier auch noch ein anderer Bolzen vorhanden. Das Ganze kann ich raustun, indem ich hier diese Schraube oben öffne. Dann geht die Feder auf. Die Feder kann ich rausnehmen, den alten Bolzen raus, den neuen Bolzen rein und natürlich wieder oben zuschrauben. Doch wie gesagt, bei mir die Aufsätze standardmäßig T5 passen, weswegen ich jetzt fortfahre. Hierfür nehme ich jetzt die Zange, das Oberteil hier auf der Musterseite muss nämlich hier in den schwarzen Aufsatz rein. Das spürt man meistens auch relativ gut, dass es drin sitzt, dann kann es nicht mehr hin und her wackeln. Ich schaue, dass ich oben auch schön gerade alles ansetze, nehme meine Zange, drücke diese einfach mal etwas fester und dann sollte es das auch schon gewesen sein. Hier in der Nahaufnahme kann man übrigens auch noch sehen, dass sich der Dorn jetzt halt leicht umgebogen hat und dadurch kann dieser Druckknopf auch nicht mehr auseinander gehen. Das ist auch der Sinn von dieser Zange. Das selbe Spiel mache ich hier drüben jetzt auch nochmal. Zum Schluss nochmal eine kleine Kontrolle. Ich schaue mir hier drin die Dornen an, ob diese schön umgebogen sind. Bei mir ist es auf jeden Fall der Fall und ich möchte es natürlich auch noch ausprobieren. Deswegen diese einfach mal zusammengeben. Optisch schaut schön aus. Es hält auch wirklich gut her. Also für Bettwäsche zum Beispiel perfekt geeignet. Und dann mache ich diese einfach wieder auf. Und somit haben wir unsere Druckknöpfe jetzt auch schon richtig erfolgreich angebracht. Solche Snaps hier können zu Hause wirklich überall verwendet werden. Egal ob an der Bettwäsche, wo vielleicht immer aufgeht und nichts zum Zumachen ist, an einem Rucksack oder vielleicht sogar an der Tischdecke. Diese Teile hier sind dafür perfekt geeignet. Wenn du dir zu Hause jetzt solche Druckknöpfe hier, eine spezielle Zange oder vielleicht sogar beides im Set, egal in welcher Farbe, zulegen möchtest, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenherstellern zu einem relativ günstigen Preis. Und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra ein Fachgeschäft hierfür fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir dieses Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du noch hier oben meinen Kanal abonnieren und somit kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten in der Videobeschreibung auf den Link klicken, damit du meinen kostenlosen Energiesparrechner downloaden kannst, um zu Hause jährlich bis zu 500 Euro einzusparen. und hier unten in der Videobeschreibung auf den Videobeschreibung auf den Videobeschreibung. und hier unten in der Videobeschreibung auf den Videobeschreibung auf den Videobeschreibung auf den Videobeschreibung.